sie gehen mit zwei drei schaden gegen scheiß zombie na ja sogar teilweise mit einem also schnell kann das ding zuschlagen aber ich muss ja nach unten ich muss mich kam ein bisschen absichern so copper sport der verbunden ist besser das noch dahin dass dahin das dahin das dann ja los kommt er ihr könnt gar nichts weg mit euch kommt verpisst euch nur weil ihr mich gangbangen wollt oder was schließlich bin ich eine frau klick 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 nämlich hier ein bisschen am diablo wenn ich ehrlich bin ja los einer hat keine chance mehr warm so alter ach so die krieg von den augen wahrscheinlich stimmt ich kann ja meinen bogen bin ich bin so ein vollidiot ich kann die ganze zeit ja meinen bogen benutzen ja noch viel mehr abzieht dann brennen die dinge auch noch und sieht man die auch besser ja haha ja ficktisch terraria geht doch echt nicht an dieser fickte scheißspiel komm her ja ja komm her rase arm das ist verhasen finde ich immer noch lustig so schnell auf und davon schneller da sind meine sachen ach nee so so wenn es wohl gerne kommst du nicht schon ich bin jetzt einfach nur nach hause bei diesem scheiß fackspiel hier meine güte durch drei grabsteine ich bin nicht dreimal gestorben so lächerlich so beide tot das klappt wenigstens noch ich glaube ich platziere mir hier ein paar fackeln draußen damit ich auch mal ein bisschen besser was sehe ah ja genau verpiss dich geh weg boah gesagt verpiss dich alter ich mach dem nur zwei schaden oder so ich hätte mir unbedingt einen eisenschwert machen sollen ich geh jetzt nicht in die crutch bevor ich nicht einen eisenschwert habe alter alter ist nicht schleim alter stirb scheiß schneeblock so jetzt sind noch ein paar fackeln hin alter ja genau verpiss dich kannst nichts kannst nichts alter alter hm 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 so co home-sit um nach all den jahren alter kraft Couric hier kann ich gleich mal unten platzieren ach genau ich kann mich noch hier ein bisschen kippen soll es dahin das sollte eigentlich reichen okay was ist denn dies black lens keine ahnung acht linsen sind das wahrscheinlich interessant interessanten punkt den du hier raus ausstreicht so dort 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 heute habe ich schon nicht mehr genug platz kann die nicht gab stein auf grabsteine platzieren ich hoffe man kann ja auch diesen boden platzieren ja es funktioniert wobei das muss noch weg sondern gab stein muss er dahin die ecke in die ecke gewesen wiesen wiesen sei es gewesen so jetzt wird mehr eisen gefahren und dafür ich will nicht mit dir reden ist uninteressant so auf der runden und jetzt wird endlich mal hier unten weiter gebaut nach all den jahren aber ich geht nicht mehr in die corruption fürs erste ich will erst mal ein eisenswert haben und mein eisenbogen was wie viel brauche ich denn überhaupt dafür wie viel eisen das kann ich ja mal gerade nach testen grafting so reisen nach ich will das dort sport ich brauche einmal acht eisen und dann noch für den bogen 20 7 heißt ja ich brauche noch 15 eisen also so giste ist mich dran so was brauche ich denn genau habe ich hier oben noch irgendwelche holz sachen die ich noch gebrauchen kann ja gut wohl und needed so dann brauche ich noch mal mehr zwischenstufen genau diese hier diese plattformer gehört plattformer naja ich bin nicht so der plattformer fan obwohl ich in minecraft adventure es auch nur umspringe mysteriös aber da gefällt mir das vielleicht weil das die ego perspektive ist keine ahnung weil die meisten plattformer sind ja so 2d mäßig was ein bisschen schade finde so das sollte fürs erste reichen was ich habe mich so ein bisschen tiefer zu buddeln das reicht nicht muss ich einfällt höher aber als erstes kommt ja wieder hammer time und da mache ich mal ein paar sachen weg sachen die ich nicht mag dort dort ich mag dort nicht das muss eine schicht höher weil genau dann kann man da hoch springt ich will das ähnlich bauen wie im let's play together dass ihr möglicherweise gesehen habt oder ich lieber ansehen sollte findet man nicht bei mir auf dem kanal sondern bei habe ich dort auf dem kanal so genau ein höher muss ich dann noch wer es muss sowieso das ganze scheiß dort weg das mag ich nämlich nicht alles scheiße hier so ich mache noch ein bisschen hier von weg aber meine spitze ist wenigstens schnell dafür hat sich das eisen voll gelohnt ok meine prognose dass ich mir was falsch ist gekraftet habe stimmt vollkommen ich bin bogen aus eisen machen soll oder wenn ein schwert oder eine streitdachs oder was auch immer aber doch keine spitzsacke nie ein tiefer glaubten ja genau das obere muss weg so wenn den gang jetzt zu bauen ist natürlich die spannendste aktivität die ich jemals in terraria verfolgt habe das soll ich machen das sei euch mal gewiss so weg 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 dann die wände platzieren dann runter gehen oder einen runterholen je nachdem wo es mal ganz lustig ist weil ich weiß ihr sagt bestimmt schon alle wollte ich doch einfach nur kurz schnell nach unten ja aber das hat nicht so viel style einfach schnell nach unten buddeln das kann ja jeder ich will ja nicht unbedingt so ganz schnell so ein speedrun machen ich will einfach immer so gemütlich eine runde zocken ein bisschen verkacken wahrscheinlich auch hat man ja aber noch gar nicht gemerkt dass ich hier verkacken oder habe ich ein bisschen zweit zu weit zu weit zu weit zu spät zu spät so ist da oben rein die alle hier weg machen irgendwas ist wieder gestorben ich merkte schon mittlerweile gar nicht mehr wenn was stirbt vor allem ich nicht mehr weil ich schon so routiniert daran bin so alles weg machen alle weg ja alle weg ich will ich will ich will ich will ja ich will Vielen Dank.